Ja, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder mal, euer xgamer032x und ich heiße euch sehr herzlich zu Let's Play Minecraft Part 150 willkommen. Wir machen hier ganz gechillt einfach mal dran weiter, denn wir wollen ja damit fertig werden. Ähm, ja, ich war, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, nochmal kurz unterwegs und hab mir zwei Fleisch geholt, hier von diesen rumlaufenden Viechern und ein bisschen Wolle, damit wir uns nachher, falls wir ins dunkle Arbeiten, ein Bett bauen können. Das ist doch sehr schön. Gut, wie dem auch sei, wir starten jetzt einfach mal die Playlist im Hintergrund und es geht los. Das Schöne ist ja jetzt, dass wir nur noch, ähm, zwei Teile von diesem Kreis benötigen. Einmal haben wir ja schon dieses Teil bis da und das bis dahin. Also haben wir jetzt einen Halbkreis. Wir müssen jetzt nur noch mal noch einen Halbkreis und dann haben wir das ja geschafft. Das ist ja gut. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann geht das hier weiter. Mit zwei mal drei. So. Das machen wir schon mal direkt kaputt. Das war ein Lack. Hier, sechs. Gut, dann drei mal zwei. Ja, eins, drei mal zwei, gut. Dann zwei einzelne. So. 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 Also, es lackt übelst. Ich würde so gerne wissen, wovon es kommt. Na ja. Ich werde nachher meinen PC nochmal defragmentieren. Ähm. Gut. Nach diesen zwei Einzelnen kommen das so. Dann vier Einzelne. Dann kommt das so. Also, irgendwie mag mein Rechner den, das Dschungelbiom nicht. Wie wäre es, wenn wir einfach mal den auf normal stellen? Nee, das ist doch doof. Ich will doch einfach nur ganz normal mit euch spielen hier. Aber das ist nicht möglich. So. Na gut. Kann man jetzt nichts dran ändern. Ich muss mir das unbedingt nachher nochmal anschauen. Ähm. Mit Fraps oder was auch immer hier. Irgendwas nicht stimmt. Auf jeden Fall geht das jetzt weiter an diesem Kreis. Dann wieder zwei. So. Dann so. So. Eins, zwei, drei. Dann zweimal drei. Eins. Zwei. Und nun einmal acht. Acht. Na, das sieht auch gut aus. So. Und schon passt sogar. Sind genau in der richtigen Höhe. Wenn ich in den Dschungel gucke, habe ich 10 bis 20 FPS. Wenn ich hier hingucke, geht das Ding wieder hoch auf 35. Wenn ich auf den Boden gucke. Wenn ich auf den Boden gucke, habe ich 40. In der Luft 50. 50. So würde ich gerne aufnehmen. Das war aber mal. Warum auch immer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na. So, haben wir das dann bald auch mal. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was ist denn das jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann zweimal drei. Dann dreimal zwei. Nach dreimal zwei. Zwei einzeln. Also wundert euch nicht, wenn dieser Ton, äh, der Ton ingame irgendwie verschoben sein sollte nachher im Video. Äh, das liegt wirklich an meinen Lachs. Da kann ich jetzt auch nichts gegen tun. Ähm. Ich werde nachher echt mal schauen, was ich machen kann. Weil so will ich nicht weitermachen. Oh, toll. Und jetzt kann man das beschissen sehen. Zehn FPS. Ey, es kann doch nicht sein. Zwei einzelne. Dann zwei nach außen. Äh, was so richtig. Ja. So, nun vier nach, äh, vier einzeln. Eins. Zwei, drei, vier. Oh, nee, doch nicht. Eins, zwei, drei, vier. Nach diesen vier einzelnen geht das hoch. Und zwar zwei Stück. Wollen wir einsammeln hier. So, jetzt zwei Ein... Zwei Einzelne. Zwei Einzelne. So. Ähm. Also so macht das echt keinen Spaß, Aufnahmen zu machen, ey. Wirklich nur Lack. Ich hab es erst gefixt gehabt. Jetzt ist es wieder da. Und ich hab keine Ahnung wovon. Weil diesmal ist alles wirklich richtig eingestellt. Ich hab alles vor der Aufnahme nochmal überprüft. Es ist wirklich alles richtig eingestellt. Ich wüsste nicht jetzt... Also, ich versteh das nicht. Ganz im Ernst. Mein PC macht, was er will. Das ist einfach so. Zwei Einzelne. Und ich bin jetzt voll durcheinander gekommen. Ähm. Zwei Einzelne. Ach, Moment. Ich guck einfach mal nach. So, jetzt zwei. Was... Was ist denn das? Oh, es nervt. Scheiß PC. Echt. Drecks PC. Ist einfach so. Und dafür hab ich tausend Euro rausgegeben. Für den Müll. Zwei... Und jetzt nochmal... Dreimal... Äh, zweimal drei. So. Und jetzt acht. Vier, fünf, sechs. What the fuck? Ey, ich wusste es. Irgend... Kann ja auch nichts Gutes mehr rauskommen, wenn man immer nur abgelenkt ist. Mit dem Scheiß hier. Drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Mhm. Ey, es war doch richtig, wie ich das vorhin gemacht hab. Vier Stück. Eins, zwei, drei. Super. Und nochmal alles weg. Tja, das kommt dabei raus, wenn man sich wegen den Lachs nicht konzentrieren kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wollen wir hier mal entgegenkommen mit der Seite. Drei. Drei. Zwei. Eins, zwei, drei. Mal, ist das ein Witz? Ach nee, stimmt. Richtig so. Tja, unser Kreis ist fertig. Es passt alles. Wir haben's geschafft. Gut so. Da freu ich mich schon mal drüber, dass wir das geschafft haben. Jetzt werden wir hier noch den Dirt abkloppen. Unter Lachs. So, und dann können wir den ja nachher einsammeln. Dirt kann man immer irgendwann mal gebrauchen. Zum Beispiel, wenn man dieses große Loch hier ausfüllen muss. Super. Ich wünschte, ich wäre besser gelernt gewesen, diese Aufnahme. Aber naja. Lachs sind halt Lachs. Die nerven immer. Jetzt in der Nacht habe ich volle FPS zahlt. Also hier. Das geht jetzt eigentlich. Das Problem ist ja, ich will ja nicht immer wieder Geld dafür ausgeben, ne neue Grafikkarte zu kaufen. Es ist... Keine Ahnung. Da fahr ich ja mit meinem Downhill-Bike. Da hab ich ganz ehrlich gesagt mehr von, als wenn ich mir immer wieder und immer wieder für so viel Geld ne neue Grafikkarte kaufe. Es ist letztendlich einfach nur rausgeschmissenes Geld. Das könnte man für etwas anderes auch viel besser opfern. So. Muss ja natürlich alles hier abgedeckt sein. Sowohl von außen als auch von innen. Naja gut, dann finde ich, wir haben diesen Part auch schon gut was geschafft. Besser als gar nichts. Dann hoffe ich doch mal, dass es jetzt nicht wirklich tatsächlich wegen dem Dschungel-Biom immer lackt. Denn wenn das der Fall ist, dann haben wir diesen Platz hier sehr beschissen ausgesucht. Also wenn ich jetzt hier in den Dschungel gucke, habe ich 50, 60 FPS beim Aufnehmen. Also irgendwas stimmt da nicht. Muss wohl an den Schatten am Tag liegen. Denn diese ganzen Bäume und so, das ist ja verständlich. Ähm. So. Oh yeah, unser Kreis nimmt Form an. Jetzt können wir das hier auch mal so austauschen. Ah, ich bin glücklich, dass unser Kreis fertig ist. Okay. Wir kommen auch so langsam wieder zum Ende dieses Parts. Ich hoffe natürlich, dieser Part hat euch trotz der schlechten Laune wegen dem Lachs doch etwas gefallen. Ähm, wenn dies der Fall ist. Liked dieses Video, also drückt auf mag ich. Ähm. Führt es eventuell als Favorit hinzu unter euren Videos. Und ja, schaltet beim nächsten Video wieder ein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer xgamer032x. Tschüssi.